Weltfußballer Cristiano Ronaldo hatte bereits am 6. März beim 2 zu 1 von Titelverteidiger Real Madrid im Achtelfinalrückspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain seinen 120. Europa-Cup-Treffer in seiner Karriere erzielt. Der portugiesische Europameister erzielte allein 117 Tore in der Königsklasse, Messi steht nunmehr bei 100. Bester Deutscher im Ranking ist Gerd Müller, der einstige, Bomber der Nation, der 69-mal im Europa-Cup traf und auf Position 5 platziert ist. Die Spieler mit den meisten Europa-Cup-Toren, 1. Cristiano Ronaldo, Manchester United, Real Madrid 120 Tore, Sternchen 2. Lionel Messi, FC Barcelona 103 Sternchen Dritter Roll, Real Madrid, Schalke 04, 76 Vierten Filippo Inzaghi, AC Palmer, Juventus Turin, AC Mailand, 75 Vierten Gerd Müller, Bayern München, 69 Sternchen-Spieler noch aktiv Gerd Müller, Bayern München, 50 Vår리 Gerd Müller, Bayern München, 200 Tore